Die Gesichtsverschmälerung, auch ohne OP, hier die Anzeichnung für die Planung, ist eine der häufigen Behandlungen, die wir hier durchführen, um ein schmales und konturiertes Gesicht zu bekommen. Das sind die Areale, die wir hier gezeichnet haben. Die Unterspritzungen gehen innerhalb von wenigen Minuten und dann hat man, denke ich, ein schönes Ergebnis.